Out of Scale, kurz gesagt Adventure, ist für 14,99 Euro für die MetaQuest 3 verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu dieser App. Ich bin ein riesen Fan von Kurzgesagt und schaue auch den YouTube-Channel regelmäßig und habe deswegen entsprechend hohe Erwartungen an dieses Game. Wenn ihr euch für weitere Infos zur MetaQuest 3 interessiert, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, wie ihr die MetaQuest 3 optimal einrichtet, sodass ihr das Beste aus ihr rausholt. Wenn euch dieses Video gefällt oder hilft, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch Kurzgesagt gefällt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Out of Scale, a Kurzgesagt Adventure. Und los geht's! So! Und ja, optisch kommt es einem sehr bekannt vor. Man kennt beispielsweise diese Ameise da aus den ganzen Filmen. Wir sind jetzt hier irgendwie auf einer Plattform und Sachen kreisen um uns herum. Und jetzt können wir hier verschiedene Dinge auswählen. Einmal die Instructions, Mission Select. Multiplayer Theater. Unlock Theater by completing the Tutorial Chapter. Also ich vermute, was haben wir für Einstellungen? Subtitles. Machen wir mal Small Subtitles. Das sieht nicht mal so aus, dass wir die Sprache der Untertitel regeln könnten. Och Mensch ey, da heißt das Ding kurzgesagt und ist komplett auf Englisch. Jetzt bin ich gespannt. Schränkogen allows you to grow and shrink things. Okay, so kann man da durchscrollen. This is the Scalivator. It lets you grow and shrink this whole lab. So you can visit other realms and see the worlds within worlds around you for yourself. Okay. It can also take the lab outside. Let me demonstrate. Wow. Wow, it's good to be out again. So much data to be collected. Hmm. But I'm sure you can't wait to try out my invention. Do you see a boxy white tool with a yellow handle? That looks like it could be some kind of... There it is, the multi-tool. The first thing it does is analyze things. Hold down the trigger. Good. Despite their name, rubber ducks are generally made of plastic, not rubber. But it will still make a perfect guinea pig. To collect it, you'll need one of these red capsules with a big window in front. I use Shrinkogen to store the tools when they're not needed. Keeps the lab, put that in the multi-tool. Now point the multi-tool at the rubber duck and depress them. Yes. Oh, here we have the rubber duck. Oh, I've missed this. Let's scale it up and make a huge rubber duck. Now press the button to send the giant giant duck into the world. Now press the button to send the giant duck into the world. Well done. Now to take a look at the new giant duck, we will get huge ourselves. Go to the other machine, the Scalivator, and set its lever to the mountain icon. Then press the button when you're ready to see what this lab can really do. Okay. Interessant. Es wird sehr viel größer, so wie es aussieht. Sehr schöner, charmant gestalteter Ladescreen. Okay, wir sind groß. You are so big now that the city looks like a bunch of toys below you. Scrub the controller with the little antenna in front of you. This is the duck drone. Duck can reach and manipulate things outside, while you stay safe and cozy in the lab. It has lots of useful tools. This one, the claw, grabs when you press the trigger on that controller. Use it to pick up the rubber duck. Then we'll do a little obstacle course. You could fly out to, hmm, let's say that lighthouse out on the lake. And take a turn around it. Oh. Verdammt. Wir haben die Ente fallen lassen. Nein, alles ist überschwemmt. Verdammt. Oh, no, not another problem. My sensors are showing substantial shrinkage in the city. Nein. The bridge must have hit the storage tanks. Who knows what happened this time. No, I refuse to be shut down again. Please, you need to help me. We need to get down there now. So, dann gehen wir wieder runter. Und wir müssen jetzt den Mist beheben, damit die Maschine nicht wieder eingemottet wird. Ah, okay, jetzt haben wir einen längeren Ladebildschirm. Wow, they are marvelous. Oh, das ist wirklich cool. The sense report says the shrinkage in tanks are completely empty. So, those ants must have soaked up a lot of it. Just like I feared, it's an inverted shrinkage in malfunction. If you want to analyze something, you'll need to remove the capsule from the multi-tool. It's not a multi-tool. Do you see the spikes on their back? And the ones trying to cut up? This is a major leafcutter ant. I don't think the ant is just splashing around. It's actually trying to pick up some water. At their regular scale, this one is a minor, one of the smaller leafcutter ants. Leafcutters live in complex societies where every cast has a different task. Miners forage for food and leaves to bring back to the nest. I don't think it's going to be able to get back to the nest. I don't think it's going to be able to get back to the nest. This is a bacteriophage or bacteria eater. I can't believe the wave washed it all the way out here. They're found everywhere. There are bacteria, but this one belongs to another Kotzkzak lab. Let's grab a capsule and collect it so I can return it. So, no damas. But the blast must have returned this to its original size so we can harvest the shrinkage in back. Hmm, it feels great to be back in the scaling game. Wie klein ist das denn? Ich glaub so, ne? Ah, okay, da muss man die richtige Größe rausfinden. So, das ist ja sonst viel größer, ne? Okay, 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 das ist... Okay, jetzt können wir uns die Insekten grüßen. Also, es ist wirklich cool gemacht. Das ist echt, echt spaßig. Ist halt ein Puzzler, kann man so sagen. Ein Puzzler mit, kurz gesagt, Charme. Wo ist meine Knarre hier? Ach da. Äh, ach guck mal, er ist hier rausgeflogen. Und dann, investigate. This anthill is probably where those giant ants used to live. Anthills are complex constructions with many chambers connected by tunnels. Like the ants, each chamber has a function. Leafcutter workers are actually divided into four subgroups based on their sizes. The smallest ones are minims, And then there are the miners, medias and majors, which are the largest. You could leap this anthill is probably where those giant ants... This ant must be the queen ant. It's much bigger than the rest, even bigger than the majors. Plus it has a crown on its head. Ja, logisch. Ja, Leute, und ihr seht, in welche Richtung das geht. Jetzt können wir hier wieder zurück in Mountaingröße. Und so müsst ihr dann im Prinzip alles zusammenpuzzeln, bis wir dann nachher die Ameisen wieder schrumpfen können von der Katastrophe, die wir selbst ausgelöst haben. Also ich finde, das Ding hat hier echt Charme und ist qualitativ auch echt hochwertig, ähm, ja, produziert, in Anführungsstrichen. Ähm, die Grafik ist genau die, die wir auch in den, kurz gesagt, Clips auf YouTube haben. Nee, also ich muss sagen, das Ding hat nur einen riesen Schwachpunkt, dass es auf Englisch ist und nicht mal deutsche Untertitel hat. Und das bei kurz gesagt. Kurz gesagt. Das ist, äh, äh, ja, sorgt bei mir... If you're stuck, check the lab tab. Ja, das labert doch nicht, ey. Das sorgt bei mir so ein bisschen für Unverständnis. Aber, mein Gott, es ist trotzdem spielenswert, nur wenn jetzt jemand wirklich überhaupt gar kein Englisch kann, für den kommt diese App einfach nicht in Frage. Und das ist total schade, weil die echt gut ist. Und jetzt bin ich gespannt, von euch zu lesen. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu. Out of Scale, äh, kurz gesagt, Adventure, in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir ein Däumchen oben da. Hier auf der rechten Seite findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials zu eurer Meta-Quest. Ihr solltet da unbedingt... Boah, halte... Ihr solltet da unbedingt mal reinschauen, wenn ihr kein Potenzial eurer Quest 3 verschenken wollt. Vielen Dank an meine Patreons, danke für eure Kommentare und eure Däumchen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!